Es schimpft sich den Brickenussel, das heißt so viel wie die Tümpfeleule, die Tümpfeleule, die Tümpfeleule, die Tümpfeleule, die Tümpfeleule, die Tümpfeleule sind sehr seltene Tiere in Dänemark und es sind schneeweiße in ihrer Haar und bekommen nur manchmal eine typische braunlich breitende Färbung, wenn das Eichhirtz in dem Stockwerk darüber durchfallert. Und weil das eklig ist, heißt es die zerbrochene Uhr aus hygienischen Grünen. Ich bin dann auch gleich so weit, weil beim Alzer braucht man etwas länger für alles. Liebes, Leute, warum, warum lieb? Na ja, böses Volk. Wisst ihr, wie das von Gefahren aufzieht? Ja. Ich hol mir euch das mal Zeit. Ich hol mir euch das mal Zeit, weil ihr euch selbst mal seht. Ihr klatscht euch auch noch selbst bei, weil es kann ja nicht wahr sein. Liebe Leute. Weil wisst ihr, wie ihr aussehen solltet? Ja, toll, die Betriebe, das ist genau das Ding. Liebe Leute, kannst du zuerst einmal die Mundwinkelhaut ohne nach oben ziehen. Nicht lächeln. Denn lächeln macht doch schöner. Sag mal, das weiß man. Zweitens die Pfoten aus der Verschränkung, aus der Versenkung. Und vor allem, ihr braucht euer Achselhaar nicht festhalten. Nein, das ist festgewachsen oder abrasiert. Nun den Pfoten nach vorne. Und zusammenklappen. Und sagt man, das ist ein Fäschkessel. Wasch. 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 Musik 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 Hat jemand eine neue Rasse dabei? Musik Ihr seid dran schuld! Musik Darf ich mir doch glatt die Glocke zahlen? Musik Ihr liebt mir gut, wir sagen ja, geht es dann doch Leute mit einem etwas glösseren Rutsch... Musik Musik